Nach Timon Krause ist endlich klar, in wessen Arme sich Let's Dance-Star Ekaterina Leonova nun wirft. Die Let's Dance-Profis sind wieder am Trainieren. Für die Let's Dance Tour 2023, die in Kürze startet, stehen seit kurzem wieder elf Stunden Tanztraining auf dem Programm. Am Mittwoch stand bei Ekaterina Leonova und Co. bereits der dritte Trainingsstag an. Am frühen Morgen geht es los, dann wird durchgepowert. Die Musik ist cool, die Choreo ist Wahnsinn. Freut sich die gebürtige Russin in ihre Insta-Story. Der Körper fühle sich nach den Anstrengungen jedoch an wie, durchgekaut und ausgespuckt, nach Timon Krause. Er ist der neue Partner von Ekaterina Leonova. Nachdem lange nicht klar war, mit wem Ekaterina bei der Let's Dance-Tour übers Parkett wirbeln wird, weiß man mittlerweile, wer nach Timon Krause ihr nächster Let's Dance-Partner ist. Bei der Tour wird die 36-Jährige mit Dimita Stefanin das Tanzbein schwingen. Auch er geht wieder mit dem Cast auf die Live-Tour, wie schon im vergangenen Jahr. Bekannt dürfte der gebürtige Bulgare vor allem dem österreichischen Fernsehpublikum sein. In der Let's Dance-Ausgabe unserer Nachbarn, Dancing Stars, ist er seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2017 zum absoluten Publikumsliebling aufgestiegen. Let's Dance Tour 2023 startet in Kürze. Auf diese Paarung darfst du dich freuen. Auch dieses Jahr darf ich bei Let's Dance Tour als Profi mitmachen, hatte er seinen Fans in den sozialen Netzwerken freudig berichtet. Darauf, mit den anderen, Let's Dance, Profis und Ex-Kandidat, innen durch verschiedene deutsche Städte zu ziehen und sein Können zum Besten zu geben, freut sich der Tänzer schon sehr. Es wird einfach legendär, auf die größten Bühnen Europas mit dem besten Team zu performen, ein Geschenk Gottes. Was auch Ekaterin und Timon Krause wurde, der nach der 16. Punkt. Let's Dance, Staffel mit der Tänzerin zusammen gewesen sein soll, ist unklar. Seit Wochen wird über eine Trennung des Paares spekuliert. Da sie sich aber nie als Paar outeten, ist die Information schwer zu verifizieren. Gut möglich, dass das Duo getrennte Wege ging, die gebürtige Russin nun auch privat offen für einen neuen Freund ist. Ob Dimita Stefanin eine Freundin hat, ist nicht bekannt. Das geht auch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020